Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Antarktika E-Diät auf Easy im relativen Schnelldurchschlaf. Also ich renne hier nicht komplett durch, sondern ja, ein bisschen zügig, 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 was wichtig ist. Denn die Leute im Inet haben gesagt, das schafft man unter einer Stunde. Ich probiere das auch mal zu schaffen. Gut, das ist schneller, vielleicht war es noch einfacher, vielleicht haben sie es komplizierter gemacht. Entschuldigung. Sorry, aber ich will das schaffen, deswegen auf leicht gestellt. Und wir haben schon festgestellt, ey, okay, die machen nicht mehr so viel Schaden. Die sind aber eigentlich genauso schwer abzuballern, also brauchen genauso lange. Wir finden, ich glaube, etwas mehr Munition, aber das ist vielleicht gerade so der Stand, wo ich sage, ja, ist okay, wäre für den richtigen Dings auch ganz gut. Also für Easy ist das mit der Munition schon... Ist das jetzt nicht so easy, würde ich sagen. Ist okay, ist weniger Thrill, ne? Aber den hätte man nur anders erzeugen können, nicht mit Munitionsmangel. Oh, was ist denn? Sollten doch mal fast die Weile nachgucken. Wo stehe sie? Hier kann man doch schnell saven. Also es hat schon was, wenn man immer knapp Gesundheit hat oder irgendwas, aber dass man so extrem die Munition ausgeht, dann hätten wir so vielleicht mehr auf Hyde ein Dingens machen können. Bla, 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 das wird es mir auch geben. Aber wie die das alles gelesen haben, oder? Die ganzen Kackpratzen wieder respawnen, lass mich mal warten. Ne, was geht? Ab in... Zisili. So. So. Wir müssen jetzt hier nicht hin, ne? Oh, da war ich letztes Mal schon hier, ne? Ich war glücklich über allen. Ich war glücklich über allen, außerdem geht es hier bestimmt bloß. In eine Richtung. Ja, ne, ne, ne? Ein bisschen weiß ich ja jetzt schon. Oh, ich leck mich. Oh, ist die Karte, äh, Schrotflinten-Munition? Ja, okay. Die Schrotflinten-Munition. Ja, 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 mein Gott, der ganze Pferd. Moment, ey. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, mein neues Paket. Geht. So, Munition, ne? Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. So. Und wie immer müssen wir jetzt, wo sind wir? Ja, da. So, wir sind... Stürf? Ach ja, hier. Okay, wir halten uns dann immer rechts. Und dann müsste unsere Dad kommen, oder? Ja, komm. Oder? Ah, ich bin schon nicht erschienen. Doch. Rechts, rechts. Und dann nochmal geradeaus. Geh mir von da, Fichte. Na, das ist hier schon ein bisschen... Alter, wie viel brauche ich denn? Das ist auf easy. Fuck you, easy, ey. Das ist hier, mein Vater. 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 Jetzt wird alles in Ordnung. Ich bin gut georientiert in der Pferde und studiert die Pferde von diesen Menschen. Geh mir von da. Sie sind völlig blind, aber gut hören. Deshalb einfach stehe. tiefer ihr zappt wird ja stelle tippe so drüber wie postar ist der bratz das am an dieser pscher die wir provodilie zernöhe rabote dann должен als tatsa dinamit sowohl manche muss muss er weit zauber und und sind gut in der zeit dieses diese runde Ach, ich hab mal die Schroetie. Ach, wie geil. Schreck mich da nicht, Günther. Du, Elend, das klingt mir schief. So. Ja, gut, wo wir mal lang müssen. So. Aber lustiges Patronen-Ausfall. Nettes Detail. Guck dir mal was drüber. Bin mir gewöhnt, mit Cam aufzunehmen. So, komm schon, komm schon, komm schon. So geht's mir zu lang nach, Günther. Das hättest du ja schon mal üben können. Alter. Der Sound ist nicht schlecht. Kann man nicht meckern. So, wir sind bei Dungeon 2. Sechsten Schuss haben wir noch. Ach, das ging überhaupt ziemlich lange, ne? Ja. Oh, oh. Heh, heh, heh. Eh, heh, heh. So. Guck ich nicht hin. Da bin ich gekommen. Ach da. Alter. Jetzt zieh die so groß und rund, weil... ... 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 Ich hab ja keine Karte, oder? Nee. Hab ich mich da zurechtgefunden. Da steht er schon wieder. Na du? Wollen wir dich abfackeln? Oh, bleib nie wieder auf die Kisten liegen. Ah, fuck. Das ist schon ganz lustig gemacht. Kannst du nicht mehr gehen. Okay, mit Kopfschirmen funktioniert anscheinend. Ah. Okay, wo bin ich jetzt lang gelotscht? Fuck. Sehr fies. Schutz. Okay. Da kriegen wir aber nicht eine Karte. Please, please, please. Das sieht doch gut aus. Da zieht Bombe aus. Oh, genau, sie haben immer noch Munition. Die Karte jetzt? Nee. Warum nicht? Ende letztens die Karte? Bin ich doof? Bist du? Okay. Dann wird das wohl nichts mit dem Dreimal, oder? Schaffen wir das? Ich bin mir ganz sicher, wir können es schaffen. Ah. Was sind wir ja schon hier? Nein. Otec, nein. Okay, okay, okay. alter vielleicht ist es auch nicht gerade leicht fack auf die karte nicht die karte nicht da sitzt du für meinen ich möchte das eine bestimmte zeit schaffen dingens haben wir eine sicherung muss aufmachen fack 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 wir safen mal schnell hier falls wir doch umkommen so dann rennen wir hier durch komm ähm ja das ist der Fall Scheiße das ist nicht doof wenn man keine karte hat ja ich bin richtig fack diesmal ohne karte ey echt ich bin also das muss man hier das muss man hier so bissl nein 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 ja 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 Okay, Kopf ziehen. Ach doch, hier ist ein Risch. Ach, komm schon. Fuck, ohne Gott, das ist echt fies. Ohne Karte ist echt fies, und jetzt schon laut die Mopka. Oh, die sind aber schon gut erwischt. Haben wir hier eine Karte? Ah, hier haben wir eine Karte, okay, wo war denn da die andere? Eigentlich immer geradeaus. Und noch ein Hubbelbubbel. Was ist das jetzt eigentlich? So, schaffen wir das? Das ist aber... Alter, das ist fies. Dat ist echt. Leute, in einer Stunde. Ich verstehe es nicht. Echt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe, wenn wir ein Fan auf den Kopf interviewer gewinnen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Fick die Hölle ist das fies. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Je einfacher ist das auch nicht. Warte mal, oh Mann. Wir haben nur noch den Flammenwerfer, oder? Nein, kann doch. Alter, ist das fies. Das ist ja immer noch nicht easy, sage ich mal so. Gehle? Ja, dann müssen wir rechts und können wir speichern, wenn die zu. Facken die kurz an. Also runter. Geht doch. Na? Ich bin der Fackelmeister. Hier, Mercado. Ah ja. So, wir haben aber nichts weiter, ne? Okidoki. Ne. Wir wollen speichern. Wir haben genug. Ah, fuck. Wir sind schon wieder bei 19 Minuten, paar und 50. Ja. Das wird knapp. Also ich weiß nicht, haben die das Spiel damals von Job aus vielleicht leichter? Oder irgendwie? Ich weiß es nicht. Also jetzt würde ich sagen. Ja. Ich bin gespannt. Entschuldigung, ob wir das in einer Stunde schaffen. Ich würde sagen, damit, ihr wisst wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Klickt aufs Gläckchen. Und ansonsten sagt er Michael Cooper, wie immer. Ciao, Willi. Ich bin ein Name. Ich binliga. Ich bina. Ich bin über 6, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 10. Ich bin 13, 1, 0. So, ich bin ja.